Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Kurze Sätze, frases cortas. Ich muss Fleisch, Obst und Gemüse kaufen. Tengo que comprar carne, fruta y verdura. Tengo que comprar carne, fruta y verdura. Fleisch ist sehr teuer. La carne es muy cara. Ja, aber Fisch ist auch nicht billig. Ja, aber Fisch ist auch nicht billig. Si, pero el pescado tampoco es barato. Si, pero el pescado tampoco es barato. Wir müssen Fleisch kaufen. Tenemos que comprar carne. Tenemos que comprar carne. Sie müssen Spanisch sprechen. Sie müssen Spanisch sprechen. Ellos tienen que hablar Español. Ellos tienen que hablar Español. Er muss lernen. Er muss lernen. Él tiene que estudiar. Él tiene que estudiar. Das Fleisch ist auch teuer. Das Fleisch ist auch teuer. También la carne es cara. So, das reicht. Muchas gracias. Hasta la próxima vez.